So, und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Red Dead Redemption 2 Story. Ich könnte vielleicht etwas vorschnell gewesen sein und meine Begrüßung ist jetzt vielleicht noch mal ein bisschen abgeschnitten. Irgendwann. Ihr könnt sie ja, sicher altbekannt. So. Im letzten Part ging's uns nicht so gut. Ähm, dem will ich ihr leider auch nicht. Und Charlotte hat uns geholfen, hat uns in ihr Bett gelegt und hat uns Geld gegeben. Und haben zudem hier noch diese X entdeckt, was ist ein Zusammenhang? Ähm, ja. Und zu diesen X wollen wir jetzt reichen. Falls ihr euch nicht dran erinnern könnt, ähm, ganz am Anfang, als, ähm, Guckt man einmal kurz nicht hin und schon sind da Bäume. Äh, waren da, war da so eine Leiche mit einem Hinweis unter einer Brücke? Vielleicht ist das hier ja auch wieder sowas. Oh. Oder auch nicht. Hm. Okay. Gut. Ich dachte, vielleicht finden wir hier wieder so eine Leiche. Weil wir haben irgendwie nie wieder so jemanden. Ist das ein vierblätträckiges Kleeblatt da unten? Nee, ist es nicht. Hier ist eine durchsichtige Flasche. Oh. Halt. Nein, nein, nein. Ich wollte den Apfel nehmen. Ich wollte den Apfel nehmen. Den Apfel wollte ich nehmen. Den Apfel wollte ich nehmen. Verlassen. Den Apfel wollte ich nehmen. Ähm. So. Die sind für Ghost. Ich hätte fast Cressum gesagt, aber... Oh, warte. Nein. Ich sollte zuerst lesen. Ups, da war ich zu schnell. Verlassen. Ähm, ich sollte zuerst lesen, dass da steht. Nein. So, das hier nehmen wir mit. Das und das. Cool. Altes, verschimmeltes Essen. Das da keine Ahnung, wie lange schon rumliegt. So, okay. Ist leider nicht so hochgradig spannendes Zeug. So, das nächste, was hier ist, ist im Lager. Das ist perfekt. Ich wollte eh zurück zum Lager. Oh, wir haben Post. Hier gibt es leider kein Dings. Sonst wäre hier jetzt hingewritten. Ähm, weil wir haben ja Zeug, was wir abliefern. Warte. Sitzen. Hier ist so ein Wegpunkt, ja. Das liegt dann perfekt auf dem Weg. Apropos Weg, da bleiben wir lieber drauf. Weil wir wissen, es kann auch böse enden, wenn man nicht auf dem Weg bleibt. Aber ich bin mal ungeduldig und, naja. Es war ja klar, dass vier oder später irgendwie sowas passieren wird. Aber ich wusste jetzt natürlich nicht, dass ich hierfür immer tot sein wird. Ich hatte auch irgendwie, ich dachte auch irgendwie, dass man es jetzt wieder zurückholen kann oder so. Aber nein. Beziehungsweise, ich wusste jetzt nicht, dass sie komplett sterben tun. Aber naja. Da war es ein bisschen zu großzügig, von mir nach links zu lenken. Das war nämlich gerade tatsächlich meine Schuld. Ich habe... Ich... Ja. Egal. Alles ist meine Schuld. Ja. So. Sind wir bald da? Sind wir bald da? Sind wir bald da? Stellt euch mal vor, Pferde könnten reden. Also, oder hätten reden können damals, als die ganzen Cowboys hier durch die Prädie geritten sind und so. Und die Pferde... Es war ja teilweise echt lange. Die Wege, die gingen ja manchmal Tage, Wochen. Und stelle ich mal vor, so ein Pferd käme daher und hätte sie sich so laufend beschwert. So, und wir so... Boah, jetzt muss ich hier die ganze Zeit auf meinem Rücken schleppen. Was ist das Scheiß? Lass mich doch einfach. Lauf doch selber mal. Du bist schwer. Jetzt muss ich auch noch dein Zeug tragen. Was soll das? Das ist immer witzig. Okay, wir striegeln mit unserer Hand. Okay, ja. Solange es funktioniert. Uhu. Ich habe ja was. Ja, ich, ähm... Hab was. Das hier... Das behalte ich. Oh, das kann ich, ähm... Nicht spenden. So, ähm... Warum füllte ich das Essen nicht auf? Ah, warum verkaufen wir immer mehr von dem Zeug? Ich wollte eigentlich gar nicht... Okay, irgendwie füllt sich der Futterbestand nicht auf. Ich habe gerade so viel gespendet, dass... Jetzt fühle ich mich verarscht. Jetzt fühle ich mich verarscht. Okay. Das heißt, wir müssen... Das ist irgendwann das Verkauf. Wahrscheinlich hier. Oh, das wird eine lange Reise. Warte, ich habe eine Idee. Gibt es auch hier bei diesem Lagerfeuer? Oder muss ich das mit meinem eigenen Lagerfeuer machen? Oh, die Dumm. So, wenn ich mich hier jetzt ausruhe... Ne, okay. Hier geht es wahrscheinlich auch nicht. Nein. Okay, dann reiten wir ein bisschen weg. Ich würde das gerne loshaben, bevor wir hier jetzt eine Mission starten. Einmal hatte ich ja schon mal irgendwas verloren, ne? Okay, wir reiten mal kurz weg. Wir kommen aber wieder. Wir kommen wieder. So, jetzt ist es nur die Frage, was wir da als Mögnis definieren. So, ich schreibe mal irgendwie hier so bla bla bla. Dumm-di-dum-di-dum. So, ich schreibe mal. So, ich schreibe mal. So, ich schreibe mal. Wo ich mir hätte denken können, wenn ich da jetzt entlang reite, bin ich tot. Oder fallen. Oder irgendwas. Warte mal. Ah, hier geht es. Perfekt. Es bringt sehr viel, wenn es schüttet. Oh, dann bauen wir uns sogar ein Zelt auf. Das ist witzig. Oh, wie wir im Zelt sitzen. Aber ich habe eigentlich gar nicht gemacht, dass wir... Ich wollte eigentlich... Irgendwie ging das doch. Hier, Schnellreise. Ähm... Oh, warte. Da muss ich kurz vorher gucken, wo wir hin müssen. Wir müssen nach... Strawberry. Ähm... Geht das? Strawberry? Strawberry. So, perfekt. Dann sehen wir auch mal, wie so eine Schnellreise funktioniert. Uh, sieht episch aus. Dieser Fluss. Ganz stolz. Das Pferd. So, tap, 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 tap. Uh, huhu. Ja, perfekt. So, ähm... Sind wir hier in Strawberry? Wir müssen aber eigentlich hier hin. So, aber Strawberry war das nächste. So. Let's go, let's go, let's go, let's go, go, go. Wir bleiben wieder brav auf dem Weg. Bevor irgendwas passiert. Dürften wir jetzt wieder feststellen, was passiert, wenn wir nicht auf dem Weg waren. Ich wollte nur die Wildnis um die Schnellreise machen zu können, aber... Das Spiel hat gesagt, nein, wir mobben dich jetzt nochmal. Ich meine, wir wollen dir jedes Mal... Wir wollen dir vor Augen führen, dass du ziemlich leicht dein Pferd verlieren kannst. Ich wollte da erst drüber springen, aber ich habe Angst, was passiert, wenn ich da drüber springe. Deshalb lasse ich es lieber und reite außen rum. Ja, ich bin vorsichtig geworden. Hier war auf jeden Fall, glaube ich, mal ein Fragezeichen. Warte, wenn wir schon mal hier sind, wo ich... Ich wollte ja eigentlich nicht hier hin, aber... Wenn wir schon mal hier sind, dann kann ich doch gleich... Kopfbett abbezahlen. Hier ist es. So. Bitteschön. Äh, nichts mehr. Ich habe schon getan, was ich tun wollte. Ich habe meinen Kopfbett abbezahlen. So. So. Wo auch immer der Wegpunkt platziert ist, da kommen wir nicht hin. Oder da gehen wir nicht hin. So. So. Bei dir kann ich das doch jetzt bestimmt verkaufen, oder? Okay, let's take a look at it. Ja. Bitteschön. Und... Das. Und das. Und das. So. Gut, das war es eigentlich schon. Der Trapper kann jetzt mit dem Veräscher gehen. Bekleidung. Uh, Bekleidung. Bekleidung. Was denn? Hm. Sieht cool aus. Ich sollte mehr Federn sammeln und hier abgeben. Okay, das finde ich jetzt nicht so. Stiefel. Mokassins. Sehen die alle gleich aus, oder? Bekleidungssets. Bärenjagg. Das sieht... Das sieht irgendwie witzig aus. Aha. 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 Also bei manchen Bekleidungssets sind Dinge dabei, wo ich mir denke, so einzeln. Einzelne wären die ganz cool. Aber so als Set. Oh. Ich wollte eigentlich nur angucken, wie der aussieht. Aber ich durfte nicht. Gut, jetzt habe ich ihn aus diesem Gekauft. Egal. Köder, Utensilien. Stärkte Ausrüstung. Reitkunst. Reitkunst, Waffengürtel. Verstärkte Waffengürtel erhöhen die Immunitionskapitel von Remolven und Pistolen. Kaufen wir mal. Ähm. Kaufen. Überlebenskünstler. Decker. Verstärkte Sarpferinge in die Mängel. Habe ich das nicht gerade? Ne. Es kloppt einfach. Naja. Egal. Egal. Westen. Weinschützer. Beinschützer. Stiefel. Gut. Haben wir diesen Alligator-Sattel jetzt eigentlich ausgerüstet? Ich weiß es nicht. Gib mir kurz einen Moment. Es hat an der Tür geklingelt. Da musste ich kurz hin. Alles stressig. Nicht nur im Spiel. Auch das Leben. Irrsinnig. Warte, 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 warte. Stopp. Wo ist mein Hut? Da ist mein Hut. Nichts geht ohne mein Hut. Kann ich hier? Vermutlich nicht. Äh, ne. Okay. Tschüss. So. Da. Oder geht es hier? Ähm. Ja. Perfekt. Hier ist Wildnis. Hier ist... Wir sind woanders. Okay. Gut. Warum nicht? Ähm. Oh. Wie heißt denn unser Lager? Also hatte ich... Also hatte ich... Ich hatte das tatsächlich in meinem Kopf. War mir aber nicht sicher. Hier hin. So. Ich bin der Jager. also hatte ich den Schlagen. Ich bin der Plan. Aha. Ja. Ja. Allinä- Arthur? Hey! Hallo, ich erwarte Applaus. Ich bin gerade hier mega episch reingeritten mit epischer Musik. Jetzt fühle ich mich verarscht. Kriege ich wenigstens was zu essen? Vermutlich nicht. Doch, essen! Meins. Nam, 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 nam. Wadum! So. Perrekt! Wir haben gegessen. Wir haben nichts zum Spenden. Aber irgendwas liegt wohl in unserem Zelt. Was liegt in unserem Zelt? Nein. Äh... Starkes Wundertonicum. Nö, keine Ahnung. Egal. Gehen wir zu Tee. Hallo Tee. Wo ist Tee? Da ist Tee. Hallo Treflani. Josiah? Ich, ähm, ich war... Leaving wieder? Ja, einfach... Leaving. Ich werde dich bald sehen. Vielleicht. Ja, vielleicht. Ähm... Was meinst du? Na, wenn ich warst du, würde ich auch wegfallen. Das ist alles ziemlich vorbei. Aber... Ich werde zurück. Nein, du wirst nicht. Lass uns nicht mehr. Lass uns nicht mehr. Lass uns hier raus. Lass uns dich, Arthur. Du bist ein guter Freund mit mir. Nein. Lass uns nicht überraschend. Lass uns hier raus. Lass uns hier raus. Lass uns hier raus. Lass uns hier mit meinem Glück. Lass uns hier raus. Danke, Arthur. Found a friend looking for you. Mr. Morgan. Sir. Hi. How are you? A little better. I hope so. How can I help you? I'm sorry to impose on you again, but I believe I've made progress brokering peace. Du hast? Ich glaube, so. Colonel Favors hat ergeriert zu einem Gespräch, um zu diskutieren und vielleicht zu retten, dass er seine Angelegenheiten hat. Nun, er hat mich mehrmals geliebt, als ich mich erinnert. Aber vielleicht diese Zeit, er muss sich für die Frieden haben. Warum könnte er vielleicht um uns weiter zu ermöglichen? Wir haben die Worten für seine Art, aber sie sind colloquial. Vielleicht kann ich eine letzte Frage machen. Meine Männer sind nicht möglich, dass wir die Frieden haben. Sie wollen wir die Frieden haben? Ja, es wird vieles zu sprechen und zu sprechen. Aber ich fühle mich, mit einigen Mitglied der Nicht-Tribe-Members present, ihre Chancen zu lieben oder schlechter werden reduziert. Kannst du, Arthur? Es ist nicht mein Geschäft, Bruder. Nein, ich weiß. Aber es ist mir. Mach es für mich. Charles, ich habe... Ich habe seine Leben geschaut. Mach es für mich. Ja, gut. Let's go. Ja, gut. Let's go. Wo lang? Da lang. Okay. Halm den. Ach, da können wir was ändern. Ich habe hier was Tolles. Da wird dich niemand erkennen. Hier. Ja. Welchen Gegenstand kann ich nicht benutzen, wenn ich auf dem Pferd sitze? Ja. 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 Ich hoffe, dass Colonel Favors mitgebracht werden kann. Ich bin nicht sehr viel zu fragen. Aber wenn unsere Menschen sind schädig und schädig, und wir finden, dass unsere Medizin und die Behandlungen durchgebracht werden, wie wir das nicht sehen können, als etwas persönliches? Wenn sie unsere schädigungen, wie kann ich die Eagle Flies und die anderen sagen, dass sie nicht mehr kämpfen müssen? Vielleicht ist das Teil der Grund, und sie machen diese Dinge. Weil sie wollen, dass sie dich kämpfen wollen. Ich kann sagen, schau, siehst du, wie diese Savages reagieren? Vielleicht. Ja. Danke, für den Kapitän Munro zu retrieren, Arthur. Er wird im Gespräch und ist eine Person, der zumindest die richtige Situation kennt. Ich hoffe, dass wir zu einem Agreement kommen können. Werden wir ja dann sehen. Oh, Mund. Fast voll, Mund. gut. Wo genau wollen wir jetzt eigentlich nochmal hinreiten? Ich hab's irgendwie vergessen. Ah, wir sind wohl da. Ah, okay. Hallo. Hallo. Ich werde niemand erkennen, Arthur. Ja. Ganz ruhig, Süße. So. Äh. Warum? Jetzt wird sich jeder erkennen, Arthur. Wow. Jetzt hab ich nicht mal mit meinem Hut auf. Das ist so uncool. Hallo. Hallo. Oh. Wird ich ahren lassen? Wo ich glaube ich keine Vorbeinung Ja, ja. Ich hab ich keine Vorbeinung. Ich fühle mich auch ein Laufen. Oh, ich kann mich noch ein wenig. Nicht wirklich. Das klingt eklig. Oh, wir sterben ja alle. Du bist? Du bist überraschend, Herr Präsident? Komm schon durch das, Herr Präsident. Ich habe gesagt, bist du überraschend, Kapitän Monroe? Nein, Herr Präsident nicht. Das ist, Herr Präsident, der Grains'in fault. Das ist Frau, Herr Präsident. Das ist, Herr Präsident. Das ist ein Kampf. Ich versuche es. Ich werde dir ein bisschen Wasser verholt. Ich werde dir alles gut. Danke. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Häh? Willa ist das? Oh, nein. Dass er nicht so hat, was er? Hat er nicht so hat, ist das? Weil er denkt, dass es recht ist. Weil er denkt, dass das richtig ist. Weil er denkt, dass Munro eine Patsy ist. Oder ein Spiker. Was? Was? Oh, ja. The man who missed the battle. Poor Monroe. Kinda liked him. I know. Well, still he's kinda stuck up. The man violated the treaty. That treaty is null and void. I have been appointed to negotiate with you. Feeling better? Yeah. Come on. Let's go. The lands you currently occupy belong to the United States government. Why is this so confusing, sir? Why? Good day, Colonel Favors. Well, that was remarkably unproductive. That's so weird. Haha. That it wanted peace and peace for all. And that the treaty had not been broken by anybody. Is that so, sir? And did it want impudence, sir? From a junior officer in public? Was that its plan too, sir? You insult me. You insult the regiment. Arrest this man. Arrest me. Gross insubordination. Disobeying an order. Treason. Are you... You had those vaccines stolen? You disrupted a negotiation? Let him go. This is all getting out of hand. Captain Monroe, let's get out of here. If I were you, I'd keep my mouth shut, amigo. Yeah. I don't wanna kill this man. You killed you. Charles, Captain Monroe, mount up now. We're getting out of here. Yeah, I can so rückwärts gehen. So sehe ich wenigstens, wo ich hinlaufe. Come on. Why don't you get out of here? Get off me. You son of a bitch. Let's go. Open fire. Yo. Alles klar. Warte, 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 warte. Stop. So viel Zeit muss sein. Hutti. Woo. Ich wusste, dass es eskalieren wird. Ja. Ah. Ah. Uh. Da war ein Stein wohl. Habe ich nicht gesehen. Ähm. Was? Ich darf mir nicht mal eine Waffe raussuchen. Uncool. Uncool. Okay, dann hole ich die gleich raus. Out this way. Come on. Okay. Erstmal einen Hut. Der hat Priorität. Und dann... Hier ist das. So. Da dürfte jetzt vielleicht einer auftauchen. Oder? Ähm. Hallo? Hallo? Ich kann nicht schießen. Ich hab gerade dezenten Druck. Da war ein barmer Weg. Okay, aber... Er ist gut. Nicht wegen mir, sondern wegen dem Scheiß. Ich glaub, das sollte passieren. Okay, wir lassen unsere Pferde zurück. Ob das klug ist, weiß ich nicht. Jetzt läuft doch Arke. Oh, das war... nicht gut. Was ist der Baumschluss? Oh. Sag mal. Nein. Also... Ich weiß nicht, was... gerade bei mir abgeht, aber ich treff irgendwie gerade nichts. Hä? Was denk ich mir gerade? Ich denk immer, ich treff die, aber... Nein! Es ist meilenweit entfernt. So, jetzt... Meine Güte, was ist gerade los? Ich weiß, ich war noch nie sonderlich gut im Schießen, aber... So schlecht? War ich selten. Also... Okay. Es scheint, als würde das ein längerer Part werden. Sag mal... Ey, ich treff gerade auch nichts mehr. Oder die sterben auch nicht. Liegt das an meinem Gewehr? Ja? Ich denke... Äh, was? So... Warum muss ich es mir unnötig schwer machen? Wenn es auch einfach geht. Was? So... So... Ich konzentriere mich hier gerade mit Zen. Mein Deadeye ist aufgebraucht. Das ist... Das ist... Nicht... So... Kann ich kurz... Was essen? Wo ist das denn? Da. Gut! Das lief doch gut. Das lief doch gut. So... Ich steig auf mein Pferd. Wo ist mein Pferd? Da ist mein Pferd. Los, spiel auf! So viele Leichen, die ich jetzt nicht blöden kann. Da kommen ja noch mehr! Ja! Oh! Einer hat's überlebt. So... Jetzt ist er tot. Okay... Irgendwas anderes, was mein Deadeye auffüllt. Ja, das hier... Perfekt! Denk ich nicht. Weiß ich nicht. Ja. 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 Das hier ist der Zug. Ja, oder? Ja. 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 So bitteschön! So, und jetzt steige ich schön brav auf und verschwinde von hier. Tschüssi. Nein. Oh Gott. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Okay. Ja, ich habe T.B. Ich habe ihn. Ich habe einen Mann zu sterben. Für ein paar Dollar. Ich habe eine schlechte Leben, Frau. Das hat er gesagt. Wir haben alle schlechte Leben, Herr Morgan. Wir alle sehnen. Aber ich weiß dich. Du weißt nicht. Entschuldige mich. Aber das ist das Problem. Du weißt nicht. Was meinst du? Ich weiß nicht. Aber wenn wir uns treffen, hast du immer Menschen helfen. Ich weiß nicht. Ich wollte diesen Part beenden. Ich weiß nicht. dass es so ewig lang geht. Auch für dieses Reden. Mit jemandem wie dich, und alles machte Sinn. You're too smart for me, Sister. I guess I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act. All aboard! Oh, Gott sei Dank ist dieses Gespräch vorbei. Oh. Ich wollte diesen Part eigentlich nicht beenden, während wir rennen. Ich dachte, ich beende das jetzt noch kurz. Hätte ich gewusst, dass mich jetzt noch jemand vorlauert. Ah. Naja. Jetzt ist es endlich vorbei. Ich kann den Part beenden. Ich hoffe, er ist jetzt nicht zu lang geworden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Bye, bye. I will go, right ho. Let's go! In the celebrations this afternoon wereנים было mü, And it's pretty oftenarian mientrason remember,